Was ist die Liebe? Ist sie Bestimmung oder Unwahrscheinlichkeit? Ist sie ein Sprachcode, alles zu sagen oder kluge Unaufrichtigkeit? Was ist die Liebe? Muss ich mich ändern? Kann ich bleiben, wie ich bin? Ist sie ein Schicksal? Ist sie ein Geben? Der Welt ist an der Sinn. Ich kann in ihren Augen die Erwartung dessen sehen, was ich im besten Falle werden kann. Mich selber so und so wollen, wie sie mich gerne sieht, lässt mich mein Leben ändern irgendwann. Ich kann in ihren Augen die Erwartung dessen sehen, was ich im besten Falle werden kann. So spüren diese Sehnen diesen Zug und diese Kraft, lässt mich mein Leben ändern. Ich kann in ihren Augen die Erwartung dessen sehen, was ich im besten Falle werden. So spüren diese Analytigkeit. So spüren diese Ver keluargen die Erwartungen finden gar nicht mehr Lust oder Cambi. So spüren diese Luft in meinem Leben. So spüren diese Zистisch, was mir ihre Erwartungen geschieht. So spüren diese Leitu die Erwartungen stellen. So spüren diese Z 축en hier in die Stadt, etwas ganz mehr erleichtert und zwar mit meinem Leben.